Die Politik kümmert sich um lauter Themen, die total uninteressant sind. Also Gennern interessiert die Leute nicht. Gennern, Selbstbestimmungsgesetz, das sind alles Themen, ehrlich gesagt, da kann man drüber reden. Da gibt es auch Gründe, drüber zu reden, aber die Leute interessiert das null. Und das heißt, wir haben eine gesellschaftspolitische Debatte im Land, die völlig an den Menschen vorbeigeht. Und wir haben eine Politik, die den Beweis nicht mehr führt, dass sie die großen Probleme unseres Landes wirklich löst. Und das macht die Leute, die Menschen haben Abstiegsendste und die Menschen sind stark verunsichert, weil dieses System scheinbar nicht mehr in der Lage ist, die großen Herausforderungen zu lösen. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung und ich bin ganz bei Ihnen. Über diese Themen müssen wir reden und wir müssen übrigens gar nicht über die AfD reden oder möglichst wenig über die AfD reden.